Ich muss leider ein Geständnis machen. Können wir darüber reden, dass wir einen Menschen getötet haben? Wann haben Sie ihn zuletzt getroffen? Ist schon ein bisschen her. So viel Zeit verbringen Sie sonst nicht miteinander. Ich weiß nicht, was Sie im Schilde führen. Ich weiß, was du hier machst. Entweder sagt sie nichts und verschwindet, oder wir gehen ins Gefängnis. Stell dich einfach mal geschickter an. Empfindest du sie nicht, Max? Was? Die Schuld. Die Schuld.